Honeywell HT900E Für einen günstigen Preis erhältst du mit den Honeywell einen erstaunlich leistungsstarken Bodenventilator. Während du hier auf ein Standbein verzichten musst und der Ventilator eben am Boden steht, bekommst du für wenig Geld viel Wind. Dafür hat der Honeywell mit fast all seinen niedrigen Kollegen keinen Schwenkbereich und pustet die Luft mit 6,7 km die Stunde geradewegs oder etwas gekippt raus. Ein Bodenventilator ist gut dazu geeignet, seine Funktion potenziell umzukehren. Er holt an kälteren Tagen die warme Luft von der Decke und spült sie in den Wohnraum zurück. Die Stärke und der Preis können fehlende Features wie Timer, Stufenverstellbarkeit oder eine Fernbedienung ausgleichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017